Hallo die Leute, Team Jimmy Duel am Start. Was hast du mit Schnee und Wärme? Hast du jetzt zweimal die Unmod gemacht? Ja, weil beim ersten Mal hat's nicht gezündet. Achso, ok. Deswegen lieber zwei Unmods als gar keine. Das ist gut. Na, mein ist auch gut. Immer mit einem Spiel. Jo, liebe Leute, wir spielen mal wieder Call of Duty World War 2. Kai und Jimmy vs. me. Das ist mein Life. Und mein Life 2 vor allen Dingen. Ey, Kai, ich hab dich nur getroffen mit der PPS-Sharva anvisiert. Meine Waffen sind gerade nur auf Hip-Fire ausgelegt. Das ist unglaublich. Das stimmt, aber man hat da einen richtigen Nachteil, wenn man... Ey, bei der Tommy-Gun geht das gar nicht. Wenn du dieses, wenn du hier, ich weiß gar nicht, wie das Perk heißt, was das Zittern, bei der, wenn du die Zielvorrichtung benutzt, dich drin hast. Stabilisierter Laufe. Ja, und du hast Schnellfeuer drin, dann zieht die, alter, die Kai ist um mich. Ja, aber dafür ist dann Steady as fuck im Nahkampf, ja? Das gibt's nicht. Geh weg, du Rabauke. Nein, will ich auch nicht. Ich komm nicht in das Scheiß raus, halt. Ich hab Angst vor uns Schaufelkünsten. Ja, ich... Wer hat da jetzt eigentlich gewonnen? Du hast tatsächlich durch deine Schaufelkünste Kills gewonnen, ja. Ja, Jimmy und ich haben uns gleich aufgeprügelt. Ich hab... Ich hab gleich, äh... Ich hab mal geglänzt. Aber Ron, äh, Respekt, das war echt, äh, ne gute Runde. Das war lustig von deinem Ding. Das war... Ron und ich waren gleich auf, dann mach ich den Kill 35 Sekunden oder so. Ja. Und dann, ähm, macht er den Kill nochmal bei 5 Sekunden oder so auf der Uhr, also... Ich hab keine Ahnung, war es auf jeden Fall... Aber wir haben dich nicht einmal gefunden, ne? Und ich hab die ganze Karte abgesucht, ich hab die... Ich töte mich lieber selbst, bevor einer von euch mich kriegt, so. Ach, Ron hat den Kill gerichtet. Ja, weil Eigenschuld, Eigengill und bla, ne? Das war... Das war... Oh, der wird gewonnen! Der wird gewonnen! Der wird gewonnen! Der wird gewonnen! Ey, ich hab hier... Na, geh weg! Mal... Warum finden hier ständig Granaten durch die Gegend? Was ist das hier? Jimmy, warum tust du das eigentlich immer mit mir? Das ist... Keine Ahnung, Alter. Ich krieg da Herzinfarkte. Okay, keep playing, gell? Vielleicht will ich dich umbringen. Ich weiß auch nicht. Boah, auf der Hüfte ist das Ding hier Grütze! Mann! Gib mir wieder eine... Tommi-Gang! Ach komm! Was hat... Ich muss jetzt wieder eine Klasse mit Schaufel spielen. Die Schaufel ist irgendwie geil. Also ich... Das hat ja auch... Haben wir das beibehalten mit... Ja, ja, das beibehalten wir jetzt bei... Für die letzten Aufnahmen des Monats. Hätte ich das mal gewusst, oder? Hätte ich nicht alle rausgenommen. Nein, ich hab nicht alle rausgenommen. Achte mal lieber auf deine Umgebung, bevor du lachst, ja? Ich hab doch sogar geschopfen, da war halt... Naja, nicht anders schlecht. Ja. Ja. Ich geh nicht gegen Kai in Nahkampf mit der... Mit seiner... Fickt euch doch von beiden Seiten, Alter! Was hab ich denn gerade für ein Pech, Mann? Ja! Das gibt's nicht! Jetzt hat... Jetzt führt er, ey, wir sind gleich auf, aber durch die scheiß Doppelabschüsse hat er jetzt sieben Punkte. Ich glaub jetzt nur noch mit der Schaufel rum. Ha! Habt ihr bei mir so wenig Schaufelkühls gesehen? Ja, weil Ron will ich mal dran legen. Hm, eher nicht. Na ja, gut. Zu offenes Feld, oder? Ich betel da jetzt nicht, das ist mir zu blöd. um was willst du betteln um eine mark 50 im worten mark wer ist denn dieser markt tomatenmark so hätte ich marken lassen wir das bei mir auch aber wenn du rennst ist blöd doch die hatten griff dran wir haben den frontgriff zumindest den standard mäßigen hält er sich da fest meine ja vorne genau natürlich gut aussehender mensch inflationär das gibt's doch nicht im spring war scheiße hinterher du hast meinen kleinen service mit dem das war noch nahtod also du hast mir sohn handy oder so verpasst das war ich so nahtod von mir an dich ich habe den helm von der bergung verstehe ich und kann jetzt sowohl ist offenes feld ja darüber habe ich wirklich nachgedacht dadurch die ignorieren das ist nicht cool gewesen das gibt's doch nicht das war also ich bin echt entweder der schlechteste schütze der welt oder ich bin der schlechteste schütze der welt jedenfalls in games ja deine video in anderen videos die das ja noch auf sich waren da weiß ja noch kein mensch ja wenn ich mal wieder zocken gehe dann kommen da ein paar wobei da muss man sagen ich bin der einzige der beim airsoft fair spielt die hat eine richtig riesengroße reichweite die scheiß schaufel war was ich damit eigentlich was ich damit eigentlich zum ausdruck bringen wollte ich habe vorher ich habe vorher kreiswürter schaufel kill ich habe zwei gemacht als aufnehmender bis jetzt noch null gemacht gut ich war die ersten minuten verwirrt aber ach da habe ich aber hast du die tommigern auch nein 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 gelernt zu lieben ja das ist einfach keine gegenseitige tue alter das habe ich aber auch viel zu spät du hast zwei schaufel kill es war kalt ja oder nicht ich habe doch einen gemacht ja ja ist ja gut nein gottmann ne da kommt der von hinten was siehst du jimlich nur kinder als der aussehen wenn man es richtig macht ja das hat jetzt schon wieder von dieser schaufel ist viel zu op mann du hast du die ausgesucht selber ja ich habe gedacht ja ich hab gesagt das wäre mal lustig und jetzt ist es scheiße das gibt es nicht tommigern kannst du nur dieses dreckst ding ich habe einen schoss ich habe eine waffe wenn man kann man nicht treffen ist die tommigern nicht britannische waffe naja ja glaubt schon ne oder ne tommigern ist eigentlich in amerikanischer waffe da oben drauf steht noch einer ich sag's nur an nein wer stand eigentlich jetzt oben und bestand unten ich habe ich mal lieber nichts du hast ein bisschen zu sehr in der ecke gegangen alter ja habe ich das öfter mal das irgendwie dann hat man was getroffen oh mein gott aus der nähe aus der ferne nicht aus der nähe dann will ich natürlich wieder ein mann aus dem rennen das war krass ich hasse jeden einzelnen von euch das ist so hart alle rennen mit ihrem scheiß ninja kostüm hier rum kannst du auch gibt ich glaube ich habe sogar falsch angeregt das war vielleicht nicht die beste idee nein spiel ja schon gebirge aber das bringt deswegen ja alle rennen mit minja hier rum also ich habe eigentlich die ganze zeit auf das außer ich gewartet deswegen sorry nein nein man hört halt einfach nichts da muss ich aber sagen das ist das einzige was wirklich sinn macht er ist es ja ansonsten machen wir uns das unnötig schwer natürlich macht es sinn aber macht halt auch ein bisschen mehr fangen wenn du einen hörst ein bisschen weiß ich nicht wo ist er mag es ganz leise nein ich habe aber auch was daneben gebratzt ja aber ich habe vor allem noch ich weiß nicht habe ich dich verfolgt oder jimmy ich glaube du hast mich verfolgt ja ich meine ich auch weil er war nämlich dicht dran ich wollte dem einfach mal voll die überraschungsschaufel ins rektum ramm aber überraschung schaffe hat nicht so gut funktioniert ron komm mal her ich brauche noch ein paar kills sonst gewinnt kai wieder ich komm rüber gesagt getan jetzt haben wir kommen können hast du das war gewusst das wusste ich habe ich hatte mir gedacht dass du da auch hinterher kommst ja ich habe auch ein es gibt so nicht und von hinten ernsthaft aber nein natürlich zieht er von hinten ab die so ja der war so da guck mal der war jetzt ich war nicht am rennen ich konnte erschießen also damit bin ich bei 32 kai ist genau bei 30 und ron ist bei 20 alle mal einen daumen hoch für ach so ne dafür gehe ich keinen daumen liebe leute doch doch alle mal einen daumen hoch für irgendwas wir sind cool wir sind cool